Danke. Gerne. Du bist doch nicht stressig. Was meinst du? Jetzt bist du zuerst im Stall gewesen, dann bist du aufs Feld, jetzt wirst du Blumen trinken und kochen, dass du jetzt auch schon. Ich bin nicht die einzig Profsätige Hausfrau. Ja, aber alle anderen. Nur eine 40-Stunden-Woche und du hast eine 70-Stunden-Woche. Es ist schon mühsam, das ist schon recht. Man muss immer wieder schauen, man muss dran und ab und zu wird man froh, wenn der Haushalt nicht wäre. Aber irgendwie geht es immer und besonders dank der guten Mithilfe meinem Geschäftspartner kann man das sehr gut mit dem Betrieb kombinieren. Wer ist denn dein Geschäftspartner? Mein Mann. Aha. Wenn ich in den Stall oder aufs Feld muss, dann werde ich einem dem Haushalt helfen. Aha. Und besonders, weil er gerne kochen und ich das nicht so gerne mache, können wir ihn sehr gut aufteilen. Er kocht, ich schaue es im restlichen Haushalt. Aber jetzt kochst du heute? Ja. Er war den ganzen Morgen jetzt im Meier und ich habe jetzt gerade Zeit. Wir schauen, wer Zeit hat, ganz unkompliziert. Ah, ich sehe ja, bringen da gut und reinholt. Wir geben das Beste. Bis zum nächsten Mal. Ciao.